Musik 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 Eveselbe trage immer ein Slip mit offen Kreuz Es sitzt wohl keine Meter, wenn sie so typisch deutsch Dann bündelt uns ein Erdl zufriedig durch ihn aus Jetzt fragen wir uns ab, was haben sie in Haus? Darf ich dein Redfitter eben sehen? Ja, das sieht er so gut aus. Und er geht nicht nach beneden, nein, das Ding geht nicht mehr aus. Das Schönste in das Leben, das ist doch dein Figur. Du mit einem Redfitter, ein Wunder der Natur, darf ich die Redfitter eben schauen? Darf ich die Redfitter eben sehen? Frau Lein, wir wollen sie was fragen, wir wollen sie was fragen, wir wollen etwas fragen. Frau Lein, wir wollen sie was fragen, wir wollen sie was fragen, wir wollen etwas fragen. Darf ich dein Redfitter eben sehen? Ja, das sieht er so gut aus. Und er geht nicht nach beneden, nein, das Ding geht nicht mehr aus. Das Schönste in das Leben, das ist doch dein Figur. Du mit einem Redfitter, ein Wunder der Natur, darf ich die Redfitter eben schauen? Darf ich die Redfitter eben sehen? Du, du hast, du hast was wunderbares, du hast ein Wunder der Natur, darf ich die Redfitter eben sehen? Darf ich dein Redfitter eben sehen? Ja, das sieht er so gut aus. Und er geht nicht nach beneden, nein, das Ding geht nicht mehr aus. Das Schönste in das Leben, das ist doch dein Figur. Du mit einem Redfitter, ein Wunder der Natur, darf ich die Redfitter eben schauen? Darf ich die Redfitter eben sehen? Ja, das sieht er so gut aus. Und er geht nicht nach beneden, nein, das Ding geht nicht mehr aus. Das Schönste in das Leben, das ist doch dein Figur. Du mit einem Redfitter, ein Wunder der Natur, darf ich die Redfitter eben schauen? Darf ich die Redfitter eben sehen? So, das war ja die grandiosen Singel von Otto Neckermann und der Paar Buickamp. Und vielleicht ist das leuk für die Kuchen zu Hause. Ja, die kannst du bestellen via www.redfitter.com. Ja, danke sehr, wiedersehen. Tschüss.